So, Multiplayer, Waffenrennen. Äh, ein Russe bin ich. Ah, ich bin im Gegner-Team. Hm. Kein richtiger Plan, was ich jetzt machen soll. Ja, noch nicht direkt. Oh, Mann. Das kann jetzt spannend werden. Aber du wirst jetzt eh... Ja? Du wirst wahrscheinlich wieder Erster werden, ne? Na, glaub ich nicht. Wow. Wo seid ihr? Weiß es nicht. Ach. Gar nicht. Bist du tot? Ja, das ist das zweite Mal. Echt? Ja. Ich weiß noch gar nicht, von wo ihr spawnt, etc. Das täuscht mir natürlich gerade mit so einem roten, an sich ein roten Bildschirm auch gespawnt. Ah, jetzt hier nochmal. Wo seid ihr, ihr kleinen Maden? Wo bist du denn? Ich bin im Haus. Aha. Weißt du, auch so wenig davon gibt, gell? Aha. Geh. Was kann ich hier machen? Der kommt. Weiß nicht. Ne, ich dachte, ich kann hier irgendwas machen noch. BAM! Hast du? Ja. Loll. Aber irgendwer wurde mir da, glaub ich, nicht als Kill angerechnet, glaub ich. Ne. Hebt der noch, oder was? Ey, das steht immer noch. Oh, jetzt. Was? Habt ihr ihn. Mir wurde irgendwas angezeigt. Sind wir die Blauen, oder was? Ja, ich glaub schon. Also 5 zu 2 für uns, oder was? Ja, genau. Also wir liegen in Führung. Ja. Bisschen spannend, ne? Ich trau mich gar nicht, hier irgendwie mich vorzubewegen, weil ich denke, ich sterbe gleich. Ja. Das ist ja doof, ne? Äh, ich bin erst mal weg, ne haut rein. Ja, klar. Gehst du jetzt auf den Alti-Server bei euch, oder was? Äh, weiß ich noch nicht. Kommst du mit, oder warum? Äh, nachher dann. Ach so, ich verstehe, ich brenn. Äh, weiß ich noch nicht, weiß ich noch. Warte schon. Funka, Funka, ich seh dich. Was? Wo bist du denn? Jedenfalls seh ich, äh, dass du irgendwo gesichtet wurdest. Echt? Ja, ja, du bist irgendwo markiert. Oh nein, oder? Eieiei. Jetzt bist du zum Beispiel nicht mehr markiert. Ja, ich habe Glück gehabt, ey. Ach, ich habe den auch noch gesehen, ey. Was? Der schießt durch eine Wand durch. Ach, ne, das bin ich gewesen. Das ist so eine Killcam jetzt, was ich da gesehen habe. Ah, Funka, Funka, Funka. Ja. Ach, komm. Ach, ich habe dich gesehen, du bist unten langgelatscht, ne? Ja. Ich bin der absolute Schüsser. Ich habe aber auch keine wirklich hohe Position. Wo ich mich irgendwie mal rein campen könnte. Ja, ich habe einen gekillt. Ich habe einen gekillt. Mist. Aber es war auch ganz schön laggy irgendwie. Jetzt lagts grad ziemlich. Naja, ich sehe, dass du im Gebäude bist, wo du vorhin warst. Ey. Aber... Mach doch mal, ey. Aber ich sehe dich nur als Pfeil und dein Name Funka, weißt du? Achso. Ich habe Glück gegen. Ich bin der... Normalerweise müsste ich jetzt Stellungswechsel machen, weil der andere mich ja gesehen hat, von wo ich ihn getroffen habe. Sieht man das in der Killcam irgendwie? Nee, nee. naja ist ja gut glaub ich zumindest ich weiß auch gar nicht wie lange so ne Runde geht oder wie viel man hier erschießen muss weiß nicht es braucht bis die Zeit abgelaufen ist glaub ich weiß wenn man nicht weiß wo ihr oder wo ihr seid naja ist scheiße ne na weil wir uns noch nie auskennen hier ist ja die erste Runde die wir hier im Multiplayer machen naja klar ich glaub es ist einigermaßen Campspiel jetzt Multiplayer ja naja Snipern halt ne ja und abwarten höre MG-Feuer aaaah ich bin tot naja es ist mir aufgefallen naja erschrickst du ja jedes Mal ey fuck von wo hat denn der Kalle jetzt gesprach? da unten ist er an der Rand rennt du gerade über das offene Feld auf dem Boden? naja ich bin gerade über das Feld gelaufen aber ich weiß gar nicht wie weit die Map hier geht irgendwie glaub das irgendwann kannst du halt nicht mehr weiter rennen weil da Sachen liegen bam bam der ist von Kilmer endlich ja ich hab irgendwas gesehen ja Grund FINO Funko wo bist du? Ja ich hab mich jetzt einmal ins Dach gesetzt welches Dach? rate dir nicht wo es bist du auf dem dach soll jetzt genaue angaben machen wieso denn ich weiß gar nicht wie ich hier in das haus hier reinkomme ich habe erst mal ein stolperdraht ausgelegt habe ich ja auch gemacht aber ich weiß gar nicht ob der weiter bestand hat wenn ich auch nicht wenn man stirbt also bist du auch in einem haus drinnen naja ich habe vorhin schon hingelegt den stolperdraht erhöhe ganze zeit schüsse ach hier ist ein russe warum muss ich eigentlich so einen verflixten russen spielen weiß ich nicht vielleicht gibt es ja auch spielmodi wo man auch was einnehmen muss in dem versabter ganz schön aufgeholt das ist einer von uns für die ganze sniper action hier ist ganz schön groß die map ich glaube die ist auch in diesem zombie spiel drinnen mit b kannst du auch fern lassen mit g mit b achso da kann ich auch sniper ne mit b der atmet aber auch schwer hier und der typ ja ja ey verdammt alter wo seid ihr hinten rein hier da rein hier was was man ist so richtig angespannt verdammt das bringt überhaupt nichts für mein herz Wo seid ihr? Ihr Kleinmaden, ey, ihr Kleinmaden Au Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Ah, fuck, Alter, du Mistbock, Alter Funker, du kleiner Wo du gesagt hast, ich hab ihn, ich hab gesehen, wo der Kalle gestorben ist Das wird mir richtig direkt gesehen, äh, wusste ich, wo du warst Dann musste ich nur noch treffen Funker, ey, ich Du kannst ja nur vom gegenüberliegenden Haus gekommen sein Ja Ja Ja, das Gute, dass man nicht direkt weiß, dann der andere, von wo man war Funker, bist du gerade über das Feld gelaufen? Unmöglich Dann hab ich gerade auf dich geschossen, aber dich nicht getroffen, weil du die Treppe hoch bist, ne? Ja Wo bist du, Funker? Ja Ist ja wie aus diesen schlechten, äh, Sniper-Filmen Oh, fucker, ey Gott, diese Nachricht gerade, die ist ganz schön scheiße Was'n? Was waren denn jetzt die Wesen? Die Nachricht, die da gerade angezeigt wurde, die war genau da, wo ich, äh, suchen wollte nach Gegnern Achso Gibt's ja auch Munition, die man aufsuchen kann, auf Stimmt Weil mit, mit einem MG hast du ja nicht so viel Ja, das stimmt Und dann schon wieder Man muss ganz genau hingucken Wir haben nur noch vier Minuten Wo was ist, Alter, wo was ist, Alter, das ist Spannend wie Sau Kann man ja auch die eigenen Leute erschießen? Weiß ich nicht 100 Meter hat er ihn weg eliminiert Coole Sache Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig laufe, ey Wo bist du, Funker? Komm Zeig dich Zeig dich Zeig dich Genau da war es Boah, du bist Du bist du scheiße, Funker Funker, du bist ein Dreckiger kleiner Misskerl Boah Wir waren hinhocken nochmal Ich seh dich da, aber von da, wo ich erst war, da konnte ich dich nicht kriegen Deswegen hab ich schnell Position gewechselt Boah, hab mir Beine gebrochen Aber es gibt Autoheiling, glaube Ja, ich komm auch Alter, nein Funker, Funker, Funker Jetzt gibt man dir schon ein Spiel Und dann bringst du den Meister auch nach oben Hahahaha Ah, ey, es gibt's nicht Oha, oh man, oh, ich hab doch gesehen, wo der war Wieso hatten wir nicht über die Scheiß Deckung drüber geguckt, das Arschloch Weißen Aber du hast schön in der Ecke gesessen Naja, ich wollte gerade rumgehen Ich weiß gar nicht, wie du da rübergekommen bist Wir haben nur eine Minute noch was Ah, da oben ist eine Ach, Mist Oha Na scheiße, wenn du eigentlich genau weißt, wo ein Gegner ist Aber dann nicht kriegst Ja, genau so weißt du, wo du bist Ja Oh, ey, das ist Für meinen Nerven Ist das absolut nichts Ach, das ist einer von mir Da wurde es gar nicht angezeigt Hätten wir beide eben von uns erschossen Oh Nein Ich glaube, falsch Los Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Wo hockt der? Wo kann der hocken hier überall? Au Ich hab aber gerade das ganze Magazin daneben geplatzt Alter Funka, guck mal, du bist mit der ersten Runde Bist du schon Zweiter Und ey, 2 zu 4 und 8 zu 10 Ja, das hast du echt gut gemacht Alter, hammergeil Hammergeil Hast du gemerkt, dass ich das ganze Magazin erst über dich getroffen habe? Ja, ich hab gar nichts gemerkt Aber scheißegal